Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und dann machen wir die einfach mal. Irgendwie funktioniert das nicht so. Hm. Ich hab mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte jetzt eigentlich, dass man so eine Art reingehen kann oder irgendwie so. Ne Ding. Kann auch sein, dass wir heute noch ein bisschen höher bauen müssen. Wir machen das einfach mal. Hä? Was ist denn hier? Och, es kommt hier noch mehr oder was? Na, ich hab ja sonst was zu tun. Äh, äh, äh. Ey. Erinnert mich an die Ball, als Roboterviecher wieder. Ey, na aber, ey. Wo bist du jetzt hier? Geil, ich seh gleich nicht mehr. Och. Oh. Huh. Ach, ja, 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 ja. Ey, stress aber, die Monster. Ey, Glibberviecher. Jetzt. 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 Wir haben mit unserer scheiß Holzzirr immer noch... Ach Gott, jetzt kommen wir hier richtig, ja. ...die Viecher. Okay, jetzt werde ich ehelndig verrecken. Ja, 45. Ach, gib mal hier, das ist ja... Die springen links nicht, die Viecher. Halt. Tö, 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 tö. Also lange ist hier nicht mein Schwert kaputt gehen sollte. Gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ach, nee. Doch, ganz langsam machen wir so. Vor allem bin ich ja fast verreckt, sehe ich gerade. Aua. Jetzt. Den ersten haben wir. Und... Na, komm schon. Na, komm schon. Na, komm schon. Gut. Ach, da kommt denn noch was hier in Zombie. Ey, das ist doch... So ein Kotzen ist das. Jetzt hat die Schnauze voll. Na, wat denn? Na, wat des? Ja. Da gehst du. So, jetzt können wir hier in Ruhe bauen. Erst dann, von oben kommt wat. So, wieso kann ich jetzt hier keine Tür bauen? Dann messen wir jetzt ein Rätsel. Ich hab jetzt hier die Holzwand. Halt. Ich hab hier eine Holzwand. Genau. Vielleicht muss ich. Vor allen Dingen, wie kriege ich die Scheiße wieder weg? Sagen wir mal, wenn ich die nicht haben will. Ich kriege die ja nicht mal weg. Das ist doch alles Käse. Halt doch die Schnauze. Ein Ofen. Ach komm, wir bauen uns noch einen Ofen. Können wir jetzt da was bauen? Kannst du jetzt irgendwo mehr ausfallen? Nö, haben wir nicht. Hm. Na, wat is denn, Leute? No. Ja, was kann ich jetzt hier... Hör mal, bei der Werkbank ist es ja so, ich muss drück Escape und dann, wenn ich in der Nähe bin. Und was ist mit dem Ofen? Hier. Ah. Hier haben wir es doch schon. Steht doch alles da. Steht doch alles da. Wie viel haben wir? Einen Kupferbarren haben wir erstmal. Was immer damit wir auch machen. So. Ha. Tja. So, jetzt habe ich immer noch nicht gelöst gehabt, wie wir diese Holzwand wegkriegen. Ich glaube, das stimmt in meinem Minecraft-Denken ein bisschen dabei. Ein Hammer. Ein Hammer. Das ist ja genau. Wir machen jetzt einen Hammer. Und dann können wir die Wände einreißen. Ja! Halleluja, das geht. So, jetzt wollte ich jetzt, weil jetzt die Tür da fehlt praktisch. Ich wollte gerade ein anderes Wort sagen. Das ist doch hier eine Scheiße, ist das doch. Zumindest können wir die Scheißwand da oben wegnehmen. Na, was? Ah, doch, das funktioniert so, wie ich dachte. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Hm. Gut. Tja. Erstmal vielleicht noch ein paar Fackeln machen, wa? Ich habe gar keine mehr. Oder habe ich noch welche? Ne. Oh, eine Tagesblume. Na, ist doch niedlich. Spinnennetze, Glibber. Tagesblumensaat. Hier oben. Stellen wir mal da oben hier noch eine hin. Genau. Na, wir müssen aushellen hier. Also, ich habe jetzt hier eine Wand eigentlich gerichtet. So weit sind wir uns ja alle einig. Wie sagt ihr gerade? Ja, gerade was kann ich? Kann platziert werden. Ja, dann sag mir mal, wie ich die platzieren kann. Ich habe jetzt auch keine Lust auf das Internet. Deswegen auch suchen wir so einen Rotz. Da lachen sie mir doch aus. Ich bin ja ein bisschen... Ja, da hatte ich jetzt eine andere Idee. Und zwar beende ich jetzt das Let's Play in dieser dritten Folge. Aber ich komme wieder zurück. Und zwar werde ich das so machen. Ich werde mir jemanden suchen, der das Spiel kann. Und mir das ein bisschen zeigt. Somit ein Together draus machen. Gucken, ob sich da irgendjemand zu anbietet. Mein Fazit bis jetzt ist, es scheint ein cooles Spiel zu sein. Man muss sich ein bisschen auskennen damit. Es ist halt wie Minecraft. Während ich also anfangs Minecraft gespielt habe. Keine Ahnung, was soll ich hier machen? Ist es hier genauso. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Wie gesagt, ich habe hier diese Holztür. Ich kriege die nicht rein. Da... Ich habe da irgendwie falsche Denken. Oder klicke ich falsch? Nee. Ja, keine Ahnung. Zumindestens, wie gesagt. Ich werde mir jemanden anders suchen. Wir haben auch garantiert bloß eine Oberfläche besetzt. Wir kratzen an diesem Spiel. Guck mal, es wird doch wieder ein Tag. Passt doch, wir haben einen Tag durchgespielt. Weee. Gut, okay. Dann beende ich diese Aufnahme jetzt für heute hier und jetzt. Und komme halt wieder zurück mit irgendjemanden anderem, der das kann. Wer das sein wird, werden wir dann sehen. Also bis dahin, viel Spaß noch.